Hallo und herzlich willkommen auf Xerox.de und mir dem Jojo. Mit dabei sind zwei von Kompetenze von einmal der Unrasiert und der X-Torbin Nation oder Torbin Nation und ich glaube ich muss vielleicht die Musik noch leiser stellen. Wir gehen dann hier an, wie kann man das nennen. Das ist die Führung dann von euch. Ah, da hier nach, ich sehe Unrasiert. Den Unrasierten Junge. Dann musst du dir mal freuen. Ich rasier mich, guck, warte. Oh, Mann. Das hat mich jetzt schon etwas angemacht. Ein klein wenig. Ein bisschen. Oh, Eisenschwert. Sauber. Nice. Hat jemand ein Stick? Hat jemand ein Stick? Dann können wir nur zwei zu Eisenschwert machen. Ich hab nur zwei Eisenschwert. Oh, da sind zwei. Ja, ich geh jetzt auch schon drauf. Ja, Alter. Das gibt's doch nicht. Peace. Peace, Bruder. Peace. Peace. Ich hab eine Hüse für mich. Kann ich wenigstens meinen Pimmel verdecken. Hast du einen Stick? Nein. Warte mal. Kann ich dir schon noch ein Stick? Ich bin tot. Ach so. Ich bin tot. Es war ein Spectator Duma. Viel nach, viel nach. Seid ihr achter. Nein, ich hab's gut gemacht. So, Hey, die kommt der Perspektive. Oh, da haben wir schon den ersten Kein da. Meiner, 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 meiner. Oh, oh. Ach, oh. Warte, warte, ich kann den Eisenschwert machen. Geil. der hat mir so lieb wäre war ich will also ich erkundige immer so ein bisschen die Märchen konnte ich ja da so mal machen das komische ist wenn ich beklebt hab ich ey unrasiert das komische ist wenn ich beklebt hab ich diese Maus Legs nicht was ja okay Achtung ich zerstöre mal hier die ganzen Sachen ich glaube ich hab mal einen Kill gemacht ähm hier hast'n Kompass aber schon was er sich nicht mit meinen Schenken er kommt zwei aber ich nicht nötig so ich muss er er durfte auch nicht mehr als der Spektatoren hat ein Bein im Kopf gehabt Zauber. Oh Alter, das geht gar nicht. Warte, ich hätte da brauchst du doch das hier. Oh ja. Was essen? Wollen wir? Ähm... Kann ich aber wie ein Eis ins Pferd machen? Komm ja, machen wir noch eins und werfen das dann hin. Müssten wir noch ein Spielchen stellen, rest in peace. Mach's das für mich! So, weiter. Ja. Ähm, na gut, was können wir denn mal ansprechen? Ich kann jetzt meinen Zuschauern, glaub ich, was ansprechen. Und zwar, kann's sein, dass ich... Ach komm, mach ich auch, du du leh. ...nicht hochladen kann, ähm, weil ich jetzt wahrscheinlich jung ziehe. Und da unten sind sie, die kämpfen, da kann ich abstimmen. Ich treffe nur da. Oh, drei Leute. Wie viele denn noch? Alter. Übertreib bitte. Alter. Oh, Alter, halt dich getroffen. Auch gut. Oh, ihr waren mit dem Wasser, ihr habt den Nachteil. Scheiße. Biss die, äh, lockt ins Wasser. Die töten dich. Heiße. Warte, komm mal ganz kurz zurück, lass die wie sich das mal ein bisschen gebeten. Was auch bitte, uns auch noch einer. So. Auf der Insel. Also. Oh, das war mit der Insel. Jetzt sind auch hier Leute, die sich prügelen. Denn ich nehme nicht auf. Ah, ich nehme auf. Ne, ich ziehe wahrscheinlich um und kann halt nix tun. WTF! Alter! Nein! Zwei Herzen, zwei Herzen. Danke! Okay. Ich hab ihn. Okay, nice. Pass auf, der kommt auch so ein Spasti. Ach so, ich kann ja mal übrigens sagen, ich bin grad mit dem Klon-Clan Ressource Pack. Du hast bestimmt einen Goldabschluss zu lecken. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, deswegen hab ich das mal reingemacht. Brauchst du noch Eisen? Da hat man ja eigentlich auch so stabile FPS und... Ah, warte. Also für die Umnahme, nur deswegen hab ich mir das mal reingemacht. Ähm, hier Eisenhose liegt da. Hab ich schon. Egal, ich nehm's trotzdem. Kannst du mit Feuerzweck kämpfen oder mit Angel? Ah, Feuerzweck, äh, Feuerzweck. Ich kann mit Angel kämpfen, aber ich bin ja leider tot. Äh, mit Angel wird sich nicht so gern. Hast du, hast du Pfeile für mich? Äh, ich freuchte selber welche. Ich hab nur einen. Geht. 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 Da hab ich Spoiler. Ja, erstmal Hilfe verpassen. Buck. Wir kommen noch hoch. Er ist eine Leiter irgendwo. Hast du? Achtung, der hat etwas gepläntet. Der springt. Oh, der springt. Oh, der springt. Richtiger Arsch, ey. Du springst daneben. Ich springe auch noch von hinterher. Jetzt kommen da noch zwei Pass auf. Ich würde gerne boosten. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Alter, ist der in das geflogen. Daniel. Hey. Wow. Josef. Das ist Josef. Oh, infamous. Da war's. Da war ein Rotspam kassiert, wa? Ja. Oh, das nervt. Ich dachte, da ist Josef. Oh. Ich könnte mal bitte aufhören. Nein, der ist Jojo. Alter. Der Typ da. Aber der hat zwei H's im Namen. So. Hallo, ich bugge. Fuck, mich hab ich selber versprengt. Er sprengt dich selber. Diese Inkompetenz. Oh, mein Gott. Komm mal zu dir und rasiert. Und jetzt hier in der Helikopterperspektive. hey, was, machen wir irgendwas cooles, dann nämlich das Atom, ey. Huach. Musst du geil, nee, wie er sie in die Luft schlägt, ey. Hup. Hup. Oh, das war echt schlecht, der Sweet-Kipp. Ach man, könnt' ich mal bitte hier jetzt mal. Oh ja, das nehme ich. Oh man, ich hab's. sonst ich bin der vier schätzen der Mannschaft heißt mal was glaube ich auch mit er wurde immer so etwas zu tun ja die Welt ich gar nicht was ich habe da gut er ist hat er hat nur ja so weit man sich schlägt ich gebe es immer so rund auf 90 ja gut das war so gut ich bedanke mich für das Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst eine Bewertung da wenn ich dann nicht abonnieren das kostenlos könnt auch machen Inkompetenz TV findet unten in der Beschreibung also schon aus der Bärscher es hat jetzt auch abonniert das kostenlos Alter ja genau und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hause ein und ciao